100 Creators spielen um 50.000 Euro in einem Fortnite-Turnier. Gemeinsam mit Amo Goku und dem Fortnite Pro Cheap spielen wir heute den Amar X Rohat Cup in Fortnite. Insgesamt werden 12 Runden gespielt und was soll ich euch sagen, unsere Runde und unsere Team-Chemie war wirklich insane. Um diese Art von Videos zu unterstützen, lasst auf jeden Fall einen kostenlosen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das ganze Turnier fandet. Was geht los, Jungs? Erste Runde startet. Dave, hast du gute Waffen? Also an sich, du hast eine Pump und eine Ayer? Ja, ich habe Pumper, Ayer und... Ja, ich habe dir 500 Watt, 300 Brick, 500 Metall hingelegt. Komm einfach, kannst du herkommen und die Sachen aufheben und... Ich habe 6 Minis, willst du das tragen? Du kannst du auch tragen, also... Okay, und Medikit? Kannst du stacken? Kann nicht, ja. Wir sehen, auch Zone ist sehr entspannt, also wir können die Combat looten. Soll ich auch Sniper einfach mal spielen, solange ich jetzt noch Slot-Fryer... Ja, 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 genau, mach, 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 mach. Hier ist die Sniper. Ah, perfekt, sehr gut, Dankeschön. Warte... Hier, nimm die lila, ne, ich nehm die blaue. Alles... Nein, 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 alles gut. Alles gut, alles gut. Oha, Dankeschön. Mein Herz, hast du schon, Abu. Okay, sie geht mal bei uns unten in der Stadt, wo wir waren. Okay. Wollt ihr mal runterlaufen zu mir? Ja, ja. Vielleicht wollen die Rebooten oder so. Die wollen Rebooten, ja, die wollen Rebooten, 100%. Okay, ähm... Haben wir rebooted? Die sind hier rechts, die gehen zur Upgrade Station. Okay. Aber du wirst hier nicht snipen können, leider. Hat sich das Sniper? Doch, Henkies. Ehrlich? Ja, ja. Kannst du Sniper, kannst du finischen? Ne, 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 da haben wir uns zugebaut. Die waren alle drei da. Okay, aber gut, das ist guter Damage. Okay, und Dave komme bitte. Kommt, rantieren ins Rift reinen. Okay, das geht weit. Direkt durchfliegen. Ja, Gleiter aktivieren und links lang. Kommt hier links, ganz links bin ich. Tag ein Tag, warte. Ja, kommt hier runter, hier runter wo ich bin. Hier ist noch mal ein Rift. Fangen wir gleich Reals? Ja, warte noch, warte noch. Ja, chill, chill. Okay, nehmt es nochmal und dann sofort runterfliegen, okay? Kommt mit, nehmt, nehmt, nehmt und ich markiere euch wohin. Hier einfach runter, hier nach vorne bis hier runter, okay? Direkt wieder runter und dahin fliegen. Geh mal. Ey, das Rift ist weg. Lass einfach durchfliegen, oder? Ja, genau, wir rennen einfach durch. Die da oben gucken, Dave, pass auf. Mal gucken, welche. Wir müssen so hier so hinkommen, okay? Klaus, nehmt uns! Ja, nehmt ihr, nehmt ihr, pass auf. Bau und dann nimmst du gleich deine Scar raus. Nimm die Scar, genau, genau, genau. Okay, wir gehen weiter, komm. Warte, dein Ovo, der Dover-B komplett, warte mal, ich sage dir vielleicht kurz. Cheese. Ja, lachen. Euer Stummgewehr wäre besser fürs Surge, okay, Dave? Ja. Ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt, kommt weiter, kommt weiter. Doppel 35. Ja, hier, hier. Ich hab nen Dicken links bekommen. Wo bist du, Abo? Ich bin bei dir, ja. Wo bist du? Ich denke, ich bin oben irgendwie, oben. Ah, okay, alles gut, aber du bist boxt, alles gut. Hier, 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 hier links. Der rennt jemand. Den hier, den gleich abschießen, ja. Genau den, genau den. Sehr gut. Der erste, der erste ist Greg. Jetzt vor dir, vor dir, vor dir, vor dir. Ich will jetzt was rein. Egal, ist fein. Zu gebaut, zu über. Wieder blieb ihn, wieder blieb ihn. Jungs, ich baue hoch, okay? Okay, die wollen's type. Ich geh mal kurz Minis. Na, komm, 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 seid ihr bereit zu springen? 3, 2, 1, go. Ich baue, uns machen auf. Ja, ja, wir sind drinnen, wir sind drinnen. Wir sind hier dann. Okay, nice. Sehr gut. Okay, und jetzt gucken wir gleich nach hinten, ja? Hier, nehm uns, mach mal Stinker, mach mal hier linkschen Stinker. Hier, auf die, auf die, auf die. Und wenn ihr ein bisschen ammo habt, maybe reinschießen. Genau, sehr gut, Dave. Okay, chill, 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 nicht mehr. Ja, wir kommen alle super fit damage. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Ich mach jetzt sechs, sieben Leuten, kommt mit damage. Hinteraus, kommt jetzt welche. Hinteraus, hier kommt der erst mal auf. Hier, schieß sie bis an. Hier, das ist Greg. 13, 13, 13. Ja, das ist right. 13, 13. Er ist der One-Shot, ne? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich geh hin, ich geh hin. Ja, er kann es nicht, okay. Egal, geht zurück, geht zurück, wir kriegen ihn nicht. Den finde ich auch nicht, soll ich Stink-Nails draufschmeißen? Ähm, warte. Wir sind hier im Rest, Bro, hier, hier. Ja, sehr gut. Ich mach den allen damage wieder, ja. Ähm, könnt ihr ein bisschen sprayen? Spray, warte, sprayt mal hier rein. Sprayt mal, oder Stink-Bombe, irgendwas, mach kaputt. Es sind zwei Pros, tötet die, tötet die. Wir brauchen den Refresh. Und der, ähm, Grappler gehabt. Hat jeder einen Grappler? Hat jeder einen Grappler? Nein, ich nicht. Ich hab einen Grappler. Oh, eigentlich sollten wir nur zu zweit spielen jetzt. Ich, ja, genau. Halt auf was Scheiß auf mich. Und wir spielen zu zweit. Also alle Materialien. Ich bin kommentiert. Ich versuch das, was geht, okay? Aber, äh, ja, genau, genau, okay. Dave, wir spielen jetzt quasi als Duo, okay? Geil, das würde, ja. Okay, ähm, komm, wir gehen komplett links lang mit Grappler, okay? Und ab und versuch zu rennen, komm. Noch weiter. Und hier, ich geh noch weiter. Und ich baue mich hier links ein, okay? Ich baue mich hier links ein. Ich bin ein bisschen runtergefallen, aber es ist fein. Kannst du kommen? Ja, bin on you. Nice, sehr gut, komm. Pass auf vor dieser, äh, Minigun, ne? Was ist hier kurz schlimm? Weil ich bin, alle Boxen, under you. Komm runter. Ja, hier ist gut, hier ist gut. Du guckst mit dem Minigun. Ja, ja, ja. Ich bin runtergedroppt, bro. Ich hab, glaub ich, ein Team geholt, ja. Ich hab, glaub ich, ein Team geholt, ja. Boah! Abo, ein ganzes Team geholt. Dave, geh links ein bisschen, okay? Ja. Ja. Wir können den Berg runtergehen, oder? Ja. Okay, das war's. Mehr komm ich nicht hinterher. Aber du bist der Beste, du bist der Beste, Abo. Chill, chill, chill. Ja, wir kommen in den Boxing, bro. Komm her. Ja, chill. Wir warten, dann grappeln wir, okay? Unter uns wäre, unter uns wäre. Ne, ne, nur über uns, über uns. Hey, unten, 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 Dave, guck unten, guck unten. Der hier unten. Out of zone, out of zone. Nice. Ja, töten, töten. Er ist zu der Zone. Du kriegst ihn, du kriegst ihn, wenn du ihn töterst. Und dann grappler nehmen. Okay, grappler nehmen und jetzt steh links lang. Oder nach oben, du musst nach oben gucken. Ja, alles gut. Und jetzt nach vorne, jetzt nach vorne. Komm noch einen. Sehr gut. Ich bin links vorne eingebaut, du kannst zu mir kommen, ja? Ja, ich komm zu dir. Sehr gut. Ich bin links unten. Ja, ich komm zu dir. Ja, geh weiter, geh weiter. Komm. Ich kerble einmal. Ich bin nicht oben, ich bin unten. Siehst du mich? So ein bisschen? Oh mein Gott, ich komm zu dir. Und noch ne? Sehr gut. Kannst du hier einen töten, kannst du ihn töten ganz schnell? Dave, bro. Lass runtergehen. Ja, alles gut. Ja, mach mal. Stark, stark, stark. Hat noch 200 Holz. Ich bin gleich in, Bro. Ich bin gleich in, ich tapp, okay? Ja, mach. Ich hab keine Bits, Bro. Ich hab gute Bits, komm her, komm her, komm her, komm her. Bleib nur bei mir, mach nichts. Kannst du hinter uns zu bauen, Bro? Ja, ja, komm her, nimm das. Dankeschön. Ich mach ein Mad-Kill, ich hatte uns nichts. Du musst warten. Wir haben ein High-Guard, Dave. Hör mir zu, wir haben gleich High-Guard, okay? Hör mir zu. Ja, ja, wir haben's gleich. Ein Typ ist zu groß, ein Typ ohne Mads, ein Typ ohne Mads, okay? Dave, hör auf, hör auf. Du hast einen Grabbar, oder? Grapple hoch, grapple den Berg hoch, grapple den Berg hoch. Ich baue hier, ich baue hier, oben. Geht schon? Okay. Ja, komm, komm, hoch zu mir und dann schieß ich runter. Über uns, über uns, über uns. Habt ihr gespielt? Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, die grappeln jetzt aber. Okay, wir gehen hoch, komm. Ja, ja, ja. Sehr gut. Du musst jetzt aber schießen, du musst sparen, sparen, sparen. Wir werden alle in der Zone down gehen. Hab noch einen? Dave, wir müssen noch einen. Hab Refresh? Kannst du ganz hoch? Ja, geh ganz hoch, geh ganz hoch. Ich mach nur ganz um. Ich mach nur ganz um. Ja, komm, komm, komm. Sehr gut. Ich hab nur drei Pilz. Du? Ich hab fünf Pilz. Ich hab keine Mads mehr. Ich hab Seifen, Bro, ich hab Seifen. Ist alles? Ich hab dir alles genommen? Alles gut, Bro. Ich hab Seifen jetzt. Sehr gut. Schieß, schieß, ich hab hier Munition für dich. Dave, die Ball ist hinter dir auf, bitte. Was? Geht so schnell auf, geht so schnell auf. Und dann versuchst du Bonn irgendwas. Sehr gut. Dann schießen nach unten. Schieß nach unten. Schieß nach unten. Ja, schieß einfach runter. Geh auf die Ziplank kurz und dann spring. Bleib hier oben auf der Ziplank. Bleib hier oben auf der Ziplank. Bleib oben auf der Ziplank. Komm her, komm her. 1W down. Nice, komm hoch. Komm rein, komm rein. Sehr gut. Der gewinnt das. Alles gut, Bro. Last one, last one, last one, last one. Ja, ja, ist der letzte, ist der letzte. Alles gut. GG's. Komm her, Junge, komm her. Warte. Was geht hier gerade ab? Warte. Let's go! Abo, Junge. Abo, Junge. Abo auf einmal. Du hast doch ein Trio getötet, Abo. Du hast ein Trio getötet. Wir müssen zurück, das aber auf einmal. Abo killt ein ganzes Trio. Out of nowhere. Abo, du bist der geilste. Und Teams, du bist der beste IGL, Digga. Da sind wir, Chad. Auf der Heinz. Abo, Kuku, ist erster? Chad. W sind nicht Chad, sondern Ws. Wir machen das genau so weiter. Wir sind das geilste Team, Mann. Die haben den Muskelkader-Bot. Achtung. Die haben auch ein müdischer. Oh, ein müdischer Akaro, ne? Abo schauen, dass wir vielleicht doch für den Fight gehen. So ein bisschen auf Range. Abo, schieß mal, also lauf mal zu uns und schieß mal dabei einfach so ein bisschen auf den Boden. Damit die denken, du kämpfst gerade. Ja, und lauf einfach und schieß ein bisschen. Genau, sehr gut, sehr gut. Ja, die kommen, Dave, bleib hier. Dich picken, nicht picken. Nimm deinen Pump raus. Nimm deinen Pump raus, oder das Spyro. Wenn wir mal gehen, von wo die kommen. Ey, hier. Hier, vor uns. Okay, schieß ihn an. Drei, zwei, eins, go. Slow. Das ist der Pro. Wir können die Tür halten. Wir können die Tür halten. Wir haben ihn. Stunny war das. Oh Mann, Chad. Warum läuft Stunny genau in uns rein? Wir müssen hier rein. Hier rein, okay? Heim mal rein. Oh, ich will hinter das Haus gehen. Ja, komm, 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 komm. Ja, ich will ins Haus. Ich will ins Haus. Nein! Komm hier hoch, komm. Okay, die wollen nicht fighten. Pass auf. Ich will chillen, ich will chillen, ich will chillen. Wir werden irgendwann anfangen einfach zu fighten, okay? Weil das muss man. Irgendwann muss man anfangen zu fighten. Wenn ich sage, halt... Wir schießen. Pass auf. Wir müssen hier picken. Raus. Hier rechts raus. Hier rechts raus. Fernt, rent, rent. Kommt hier in das Gebäude. Könnt ihr gröppeln, könnt ihr gröppeln? Ja, ja. Gröppelt einfach. Unter die Brücke, okay? Hinten unter die Brücke. Hinten unter die Brücke. Ich gehe sogar kurz autoshawn. Ja, genau. Hier zu Dave. 94. Crack. 1 AP. Okay, chill dir, chill dir Dave. Chill dir kurz. Sehr gut, sehr gut. Jungs, können wir da hoch und ihn töten. Da hoch und ihn töten, okay? Kommt hoch. Okay. Hier unten, die Tanzen. Weiß ich. Crack, down. 1 AP. Sehr gut. Oh, oh mein Gott. Die ist auch da unten. Die ist da unten. Die ist da unten. Die ist da unten. Kannst du ihn wiederbleiben? Ja. Hier ist einer drunter, Abu. Scheiße. Ich lieg. Hab ihn. Kannst du da runter gehen zu Dave? Ich geh runter zu Dave. Ich bin bei Dave. Ich bin bei Dave. Ich bin bei Dave. Ich bin bei Dave. Ich wieder. Ich... Erstmal ihn. Erstmal genau. Oben liegt der genockte, Bro. Ja, ja. Ihr dürft euch nicht bewegen, bitte. Kommt hoch, kommt hoch. Und jetzt müssen wir nach vorne. Hier links. Hier links hinterm Stein. Hinterm Stein. Bei Dave. Hinterm Stein. Und jetzt Schocken. Waffen raushalten. Waffen raushalten. Sehr gut, Craig. Down. Sehr gut. Wir können hier in den Bunker rein. Gleich mit dem Laut. Geht hier nach links. Geht hier nach links. Geht hier nach oben. Nein. Ja, geht hoch. Geht hoch. Sehr gut, sehr gut. Bleibt links. Geht komplett links. Geht komplett links. Und haltet eure Waffen draußen, okay? Hier im Bus sind welche. Ich tanze die. Ich lasse die tanzen. Die tanzen alle. Sehr gut, haltet eure Waffen draußen. Schießt. Ok, mehr damage gehen nicht. Waren wir alles geschlossen. Ich bin auch down. Last one! Hier im Bus, hier im Bus. Hier im Bus, Bro. What? It's gone? 2-1 Let's gone. What? Waaas?! Wir sind doch die Besten! Abu Gokko mit 50 Punkte Abstand. Waaas?! 40 Punkte Abstand Leute! Holy moly, was zum Teufel? Abo, ich habe ein Geschenk für dich. Ja, welches? Komm mal her zu mir. Hast du zwei? Bruder, ich habe noch eine gezogen, ja. Oh mein Gott, Digga, geil. Einfach gerade hier in der Rain im Kiste noch einfach nicht fast gezogen. Hier hoch und die töten, okay? Tötet die. Kommt. Geht hoch. Einfach. Deine ist hier unten von denen? Ja, macht Schaden. Weiß ich. Dave, eins über dir, eins über dir, Dave. Über dir. Ich habe ihn voll... Ich kann den nicht, aber okay. Gehen wir ganz kurz zum Biggie. Komm hier rechts, komm hier rechts, komm hier rechts. Schieß einfach, schieß, 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 schieß. Und jetzt sofort finischen. Ich komme zu dir, Dave. 107. Wartung, dein neues Team schießt auf uns. Die dippen, die dippen, okay. Komm zurück für den Loot oder mach ein bisschen Damage wenn du kannst. Schieß dir an, schieß dir an. Aber du bist da, Dave. Komm zurück, komm zurück. Hier, bist du da, Dave? Ja, ich gehe von hinten rein. Habe ein. Okay, komm zurück. Wieder auf ihn, auf ihn, auf ihn. Wir müssen nicht wiederbleiben. Dave, du bist wie Gold bist du, Dave. Let's go. Hier, 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 hier. Der lässt dich doch gleich scharfen. Ja, bau dich ein, Dave. Genau, sehr gut. Wir können gleich zum Loot Drop runtergehen, oder? Der bleibt hier, jetzt eingebaut bleiben, nichts aufmachen. Ich muss den Medikett geben. Ja, ich auch. Schieß, Dave, sehr gut. Hier oben, hier oben? Ja, einfach weiter sparen, machst du gut, machst du gut. Wir haben da sehr guten Peak auf den, glaube ich. Der kann Skabandos oder sowas. Ja, mach genau da weiter, hier oben, hier oben, das. Ja, komm, weiter schießen, weiter schießen. Nicht auf ihn, einfach schießen, auch wenn ihr ihn nicht seht. Einfach schießen. Alles kaputt machen im Notfall. Weiter, 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 weiter. Dörtetit. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, nice, nice. Okay, jetzt rechts zum Loot Drop. Kommt, einmal goeppeln, einmal goeppeln. Gut, 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 sehr gut. Ist fein, ist in Ordnung. Okay, dann können wir hier kurz chillen, oder? Ja, Abo ist auch gleich da. Ich bin da. Ich hab noch einen kill. Komm her, Abo, Abo, Abo. Kommt her, kommt her, kommt her. Kommt, Jungs, jetzt, jetzt, Abo, Dave, Abo, Abo, Dave, komm. Hier gegen springen, hier gegen springen. Ich bin hier oben. Seht ihr mich? Ja, ich bin bei dir. Ich bin auch bei dir. Ich bin beide bei dir, geil. Sehr gut, Jungs, sehr, sehr gut. Komm mal her, komm mal. Swapen hier vorne, swapen, 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 swapen. Achso. Schieß den an. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Unter uns. Warte, einfach nur schießen, einfach nur schießen, einfach nur schießen. Eins, nicht blau. Okay, chill, chill, chill. Nachladen, 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 nachladen. Wir gehen erst mal weiter. Nach links, links bleiben, links bleiben, links bleiben. Links unten, links unten. Links unten, seid ihr? Abo, komm, du bist da, Abo, du bist neben uns. Komm. Okay, ich brauch Metz, ich brauch Metz. Ey, hier, ich laufe. Sehr gut. Okay, komm, Jungs, wir laufen links, wir laufen links. Komm, 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 wir laufen, wir laufen. Kommt der, ist weg kaputt, weg kaputt. Töte den, töte den. Warte, willst du kurz auf Abo warten, so? Wir sind da. Hier. Ich hab' die voll Box. Seid ihr da? Töte den. Kommt nochmal, 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 nochmal. Töte den. Rut 10, crack! Eine gold knife. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich bin, ich bin down. Ich bin worst. Egal, alles gut, scheiß auf mich. Wir haben gute Metz, ja. Wir haben gute Metz. Und der hier ist der Tag locker. Hier. 製 sins Potasser dasukan. Oh mein Gott. S Alison. 2 Builds, road, 2 Builds. So toll, Papa! Um zwei, ein Duo noch. Eines genockt schon? Der glöppelt irgendwo. Nein, ich wollte den Kölner kriegen. Bitte. Nein! Gute Runde, let's go! Zeiter Platz, Leute! Team Chemie 10 von 10, Bro. Es ist so verdreckt, ne? Die Jungs Looten, alles womit man sich bewegen kann, könnt ihr mitnehmen. Grappler, Jumppad, das ist alles wichtig. Ach so, das ist wieder No Build? No Build, genau. Hier fliegt einer? Ja, irgendwo. Wo? Weiß ich. Close unter uns hier. Ich treffe den nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir... 22. Wollen wir jetzt eine? Noch mal 22. Noch mal 22. 66. Ich werde jetzt etwas snipen. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ganz schnell, ganz schnell. Wiederbleiben. Nein, du musst schnell wiederbleiben, schnell wiederbleiben. Bleib ihn. Und dann müssen die beiden nicht wiederbleiben. Ja. Oh, Abo sehr, sehr gut. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Sollen wir auf Jumppad gehen? Äh, ja. Ja, ja. Wohin? Einfach weg, einfach weg. Nein. Nein. Das ist der, der letzte Mal noch 14 Kills oder so gemacht hat. Ja, geh. Flieg runter, hol die Karte und dann musst du weg. Die chillnert, die chillnert immer noch oben auf dem... Ich weiß. Ich hab dir noch ein Rift markiert dann, okay? Sehr gut. Faudi ist dann noch ein Rift da hinten. Geh weiter, du musst weiter in die Richtung. Ja. Rappe. Sehr gut. Nimm das und dann... Ich guck kurz, wo Reboots sind. Kannst du riften einfach? Ja, ich rifte. Und dann fliegst du nach... Lazy. Glaub ich. Kann sein, dass du mich wiederbleiben musst, okay? Ich flieg extra so ein bisschen weiter weg. Ja, das ist gut, ich hab noch drei Meter. Und dann... Bleib, bleib, bleib. Du tank. Bind die beiden da schon. Ja. Okay, ich bin... 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 Was ist hier mit Minigun? Wow. Minigun ist viel zu OP. Ja. Mit dem Haus höre ich drei Leute. Ich versuche irgendwie zu dir zu kommen. Wird problematisch. Ah, bin tot. Ich bin... Wie die auf mich... Keen die Ekligen. Wir haben ganz genau gehört, dass ich ein Solo bin. Ja, schade. Ding ist over. Ah, kacke. Schade, Mann. Ich hab jetzt... Komm mit Heilung mit, ne? Ich hab drei Biggies, drei Metskis und ein Chuck Chuck mit. Da vorne laufen die hier? Da schießt ihr an, wenn ihr könnt. 22, 44. Wieder 22. Wieder 22. Sehr gut. Okay, die snipen, die snipen. Ja, dann nicht mehr peeken. Wir haben 100 Schaden gemacht, das ist wichtig. Schau mal, hier vorne Laufbäche. Ja, die snipe auch. Ich schwöre, ich lebe ihn. Ja, alles gut. Das war eine Millisekunde. Hier unten lauft eine. Hier unten Laufbäche. Ja, aber da sind wir in Sandwich, oben sind welche, Jungs. Die gehen jetzt runter, die gehen jetzt runter. Können wir hier oben auf die? Können wir hier oben auf die? Hier auf den Berg, hier auf den Berg. Hier links auf den Berg. Komm, 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 komm. Das ist ein Team, oder? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir haben da, komm. Da sind mehrere Teams, ne? Ich weiß, komm, bitte. Seid ihr da? Hier ist auch noch ein Team, ja, ja. Weißt du, crack auf einen hier unten? Ja gut, genau, wichtig, wichtig. Das ist vier Hamis Team, wenn du ein bisschen aufpassen. Ich weiß, ich weiß. Könnt ihr das hier kaputt trainen? Warte, warte. Warte, hier. Achtung, werden von hinten gesiped, Jungs. Von hinten gesiped. Swam mal weiter, Swam mal weiter. Hier unten. Geht sich auf einen? Komm, da hinten, komm, da hinten. Nur noch einen gefinisht. Ich liebe es, das kann man so kurz zurückbauen. Ich habe mir nicht so ein Biggies für dich. Okay, jetzt sind wir gut drüber. Und wir haben Zone hier. Genau, hier in die Richtung kommen viele. Hier, hier, hier. Sehr gut. Dave, guck mal hier. Hab einen, hab einen. Hey, irgendwas. Oh mein Gott, hier ist vorne. Schaden, wir müssen Schaden machen. Komm, hier ist die Tötet, die Tötet. Hier, Dave, hier ist die Spraining, die Spraining. Komplett, komplett. Okay, ihr müsst weitermachen. Macht weiter, macht weiter. Irgendein, weil ich... 150 auf einen. Nein, ist wichtig. Okay, wir können uns jetzt heilen. Komm, Dave, komm, wir können kurz heilen, kurz heilen. Ja, ich habe noch drei Biggies und drei Minis. Ja, hier, 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 hier vorne. Die wollen wir jetzt gleich töten, okay? Noch nicht schießen, noch nicht schießen. Erst wenn ich sage. Komm, da, Jungs, schieß, 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 schieß. 20, 40 auf einen. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter. Bist du ein Zutigen brauchen? Bist du ein Zutigen brauchen? Ja, weiter, weiter, Tötet ihn. Hier, kannst du kommen? Tötet ihn. Ja, Abo, sehr gut. Tötet ihn, Abo. Sehr gut. Sehr gut, weiter, Abo. Sehr gut, Abo. Weiter, weiter, weiter. Ab ihn, ab ihn. Hier, Tötet ihn, Abo, Dave, Tötet ihn. Tötet ihn. Nice, wichtig, Jungs. Gut, 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 gut. Komm, zurück, Dave, komm, zurück. Die Minigun, ne? Ja, ja, ist nicht schlimm. Okay, Jungs, wir müssen jetzt recht langrennen. Okay, Dave, kannst du Spanen, Dave, kannst du Spanen? Spanen, Spanen, Spanen. Ist ein ganzes Trio. Ich sprake mit, ja, ich sprake mit. Down, einer. Nein, das heißt, Tötet ihn, Tötet ihn. Und ein bisschen weiter, direkt weiter. Okay, ich habe einen Rücken genockt, ich bin tot. Komm, weiter, komm, weiter, Dave, chill, chill. Sehr gut. Okay, eins überloggen, ja? Ich habe meine Scar liegen lassen, Bro. Ich habe ohne Spaß. Okay, ist nicht schlimm. Hast du gute Mets? Ich brauche... Ja, hier, Bro. Komm, hier. Raun. Sehr gut, mach weiter. Nice, okay. Noch einer. Ja, mate. Von unten, Bro. Ja, chill, komm, 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 nach rechts. Komm, komm, nach rechts, komm, nach rechts. Raus von, Bro. Warte. Ich gehe raus, alles gut. Ja, du bist rein, du bist rein. Die Lags sind down. 200. Ja, ist sehr gut. Keine Builds mehr. 200. Ja, ist gut. Good job, sehr gut. Anthony. Ja, nah. Und jetzt... countries. Die macht super gut, Dave. Einfach Leute töten, einfach Leute töten. Hol deine Waffe raus, sehr gut. Dahin. Einfach Leute töten, Dave. Die ganze Zeit. Du brauchst nicht bauen. Geil. Waffe raushalten, Leute töten. Genau, sehr gut. Dave, hier nimmt die Bandagen. Okay, schade. Egal, gut, Top Gun. Aber es ist halt wieder Harmy, glaube ich. Ja, es ist wieder Elie und Harmy. Ey, diese Minigun ist doch wirklich verrückt. Aber gut. Gute Runde, Jungs, gute Runde. Spielst du lieber, Abu? Ich hab ne lila, ne Spaß einfach. Alter, geil. Ich hab auch ne Spaß gezogen. Aber scheiße. Schieß die an jetzt, komm, komm. 20. Pass auf, nicht gesnipern, nicht gesnipern. Wieder 29 auf einen. Sehr gut, ich denke bei uns. Ja, einer ist low. Der letzte ist low. Ich versuche ihn zu töten. Noch mal neuen HP rauf. Rapp ihn, Rapp ihn, Rapp ihn, Rapp ihn. Stark, nice. Ok, können wir hochgrappeln und die töten? Ja. Warte, warte, warte. Der geht ein neues Team rein, der geht ein neues Team rein. Ja, ja, ja. Und noch neuer? Ja, dead Border Force gehabt. Ja, hole, hole. Ich hab zwei Border Force wieder. Ja, ich hab auch, ich hab auch. Okay, grapple rein, Abu. Wurf einfach rein, wirf einfach. Okay, ich mach hier Border Force hier. Ja, genau, sehr gut, sehr gut. Einfach wieder chillen. Abo, grapple einfach zu uns. Grapple, sehr gut, Abo. Oh, mein Gott. Wir tanzen, wir tanzen, abwarten. Geht raus, geht raus, wenn ihr kennt. Ich, 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 ich zack in der Tür. Top 10 schon, sehr gut, man. Jetzt muss hier Chiefs Punkte machen. Was, ein Aim-Chat mit einer grünen Pistole. Mach dir hier 38, 38, 38, 38. Schiebt. Wenn du das hörst da in dem Video. Du bist ein Maker. Du bist ein geiler Bro. Du bist ein Mocher. Im Wasser schauen darfst du wegen Grappeln, ne? Nein. Scheiße. Egal, ey. Top 8, so, so stark, man. Ach du kack, ich hab eine goldene Spast gezogen. Ehrlich? Ja. 13. Na, ist sehr gut. Fielen sonst right? Komm, 21, weiß. Ich sehe da zwei Leute rennen. Ich sehe da ein Duo, ich sehe da ein Duo rennen. Die riften, ein Duo riftet. Schießt die nicht an, schießt die nicht in der Luft an. Schießt die nicht oben in der Luft an. Die fliegen über uns. Und ich glaube, die gehen nach Dirty um zu rebooten. Ist ein Duo, glaube ich. Ja, die gehen runter, ja. Ja, die gehen nach Dirty. Das ist ein Duo. Seid ihr alle drei da? Seid ihr alle drei da? Kommt, wir riften auf den Reboot. Okay, warte. Jetzt auf den Reboot, komm. Okay. Wir sehen. Kommt zu mir, kommst zu mir, lass los. Dann hier auf dem Dach? Ja, er auf dem Dach. Genau. Warte, ich lass ihn. Okay, er rennt. Kissen an. 27 Blau. Ich köpple einmal, ich köpple einmal aufs Dach. Der ist hier noch. Ja gut, der ist hier in der Ecke, ne? Er ist einer P. Hab ihn, hab ihn. Stark. Sehr gut. Warte, das ist shaking. Genau, sehr gut. Warte, ich köpple noch nicht töten. Läuft, läuft hier vorne. Lass ihn töten, Dave. Lass ihn töten. Lass ihn töten. Einen Grappler kannst du benutzen. Ja, ich geh hier auf den Berg mit dem Grappler. Unter mir. Nice, sehr gut. Oh, das war Schradin. Oh nein. Oh, pass nicht, ist ein Gegner. Ich köpple links hoch. Ich köpple links hoch. Ich köpple auch. In den Bunker links geköppelt. Bruder, ja. Soll ich zu dir kommen? Wer hat die Madcats von euch? Wer hat die Madcats von euch? Wer hat die Madcats von euch? Ich hab keine mehr brauchen. Ich nicht. Hab nix. Ja. Ich hab alle Madcats schon geused. Ich werd full gepusht. Jetzt hau. Ich hau kurz ab. Ja, mach das. Aber wir haben den Bunker safe. Haben wir den Bunker oben auch? oh chat wir müssen früher rotieren dicker mann wir machen kaum mit late rotation die ganze zeit verstehe ich nicht wieso wir nicht early early dotieren nein oh mein gott haben wir platzierung bekommen irgendwas gar nichts ich hab ihn 110 in luft gegeben nein nein sehr gut das ding ist der war da nicht mehr ich hab einfach reingesnipet aber nicht getroffen es ist einfach wirklich lucky ob man trifft oder nicht wieder eine gute 2 das ist das team was ja gerade erster ist leute das ist das team was gerade erster ist vielleicht gehen wir da gleich hin damit ihr das wisst also so vorbereitet halt wenn die erster sind und mir die töten wäre schon echt gut rose mundi ist tot richtig wir gehen näher ran komm zurück komm zurück komm zurück hier runter hier runter abu und dave abu dave hier runter bitte wenn wir den minis hier ist ja ja lass die kurz und komm näher reapers hat nen kill wir gehen hin komm holgo auch jungs lasst euch also jetzt nicht mehr sniper spielen bitte spielt normale waffen ok kommt hier habt ihr waffen draußen könnt ihr kommen ja die laufen sind draußen hier töten die töten die hier rein hier rein und töten das ist einer weg da ist einer tot das reapers ja er hat ne ziel glaub ich in der box oder ihr seht es selbst schritte ja ja er geht zur karte er geht zur karte geht hin geht hin kommt her kommt her zu mir kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir er kommt doch hier mit seinen surge jeder der kommt ihr könnt die anschießen ok hier es kommen gegner neben euch pass auf kannst du kommen dave auf mich kannst du kommen ja kannst du kommen hier auf ihn ok ja er ist down ok und jetzt warten jetzt bitte warten nichts machen wir gehen gleich nach dirty rein weil da wird der erste platz gleich rebooten ok das ist eben nur noch sein prototype glaube ich oder er hat rebooted schon ist er da oder ja ja kommt her kommt her wir gehen hin die werden keine waffen haben ok jungs fliegt drauf fliegt einfach auf die abu fliegt einfach auf die dave du weißt wie es geht wo sind die hingeflogen weiß ich nicht genau hier drinnen in dem tower in dem tower in dem tower ok die werden unten im metall sein ok die haben nicht die besten mats komm warte kommt hier raus kommt hier kommt hier die haben keine waffen wir aimt hier einfach nur ab ok ok der wird gleich aufmachen mit shotgun einfach ab im abo macht sie gut hier 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 er macht auf er macht auf kommt hier kommt komm komm weiter komm weiter ins klo er ist hier drinnen tötet den tötet den tötet den nice wichtig warte warte shaken sehr gut egal egal was heißt shaken nichts ist egal komm links rein damit wir die mate ziehen von denen jungs vor uns ist ein einziger können wir raufgöppeln und ihn töten kommt ok das ist der pro der hat keine waffe der kann nur bauen hat ihn eingebaut hat ihn eingebaut hat ihn fast hat ihn fast hat ihn fast mann egal 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 ja du hast so viele mats du hast es oder ich geb dir gleich so eine pass ihn hab ihn ok ok abu bleibt stehen ja 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 ich will das ok ich würde einmal greppeln ja einmal hier links greppeln nach vorne links nach vorne links und jetzt hier bleiben hier hinter uns schaut mal hier kaputt schießen kaputt schießen zweites kaputt zweites hier unten dave sehr gut hinter der holzwand hinter der holzwand ist einer dave rechts ja der geht ok nach oben hier hier da ist ich blau ok kommt der kommt der ich hab nen gegner hier kann jemand töten sehr gut hab ich hab ich nehmt die mini gun vielleicht einer von euch oder brauchen wir nicht brauchen wir nicht wir gehen weiter kommt zu mir ihr seid bei mir könnt ihr durchrennen ja wir sind da ich hab gute mats einfach durch ich komm mit cap ich auch hast du nichts wie safe sehr gut mach weiter dave machst du gut ok sehr gut komm mit mir komm mit mir hier alle ein wo genau bist du bist du im dom bro oben bist du ok wir können highrun glaube ich spinnen kannst du hochkommen hilf ihn dave hilf ihn ich bin auch bro es laggt so kannst du deine mats hinlegen ne ne geh nicht bro bro was sind das für server heute chatte ich hab also was ist für ein bro es laggt so sehr chat weg 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 sehr stark du hast noch ein lagerfeuer du hast noch ein pass auf unter dir ja links neben dir jr 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 Nein, als ob genau... Mach, 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 mach weiter! Einfach machen. Und jetzt ins Thrift-Scann! Jetzt ins Thrift-Scann. Und jetzt in Dirty runter! Runterfliegen nach Dirty! Runterfliegen nach Dirty bitte! Sehr gut, Jungs! Eie, das ist... Ich sterb an nem Bug! Das ist so verrückt wieder! Hier ist jemand oben auf dem Berg! Ja... Danks für dich! Ich bin auch Double-Sniper. Ey, 105er-Snipe? Nice, sehr gut! Ey, wir können die pushen wollt ihr! Wollt ihr jemanden Clipper rauf? Ja, können wir machen! Kommt, kommt, kommt... Also hab ich den Polen nicht low gemacht, ne? Ja, ja, genau, deswegen. Nein, ich schlafe! Geht drauf, grapple drauf, grapple drauf! Irgendwo unter den Bunkern sind die. Ja, die rennen hinten weg, die rennen hinten weg. Aber ich glaube nur zwei, oder? Nein, drei Leute, drei Leute. Kommt wieder zurück, nicht so viel Schaden kassieren. Geht wieder zurück, geht wieder zurück. Wir werden gleich diesen Bunker oben rauf gehen und die dann töten, okay? Okay, kann ich da jemanden... Versucht mal hier zu snipen. Versucht mal da... Nee, nee, die peaken nicht, die peaken nicht. Die verstecken nicht. Und der Fünfer Slime? Doch, doch, alles gut. Nein, ist sehr gut. Wir bleiben noch hier beim Bunker. Ich guck kurz, dass niemand von Refs kommt. Weil, wenn niemand von Refs kommt, wäre echt wild von uns. Wir göppeln jetzt auf den Bunker rauf, okay? Kommt näher ran und göppelt einfach auf den Bunker rauf. Göppelt rauf. Bleibt oben, bleibt oben, nicht runter gehen. Der ist leider gebraucht, der ist Craig. Alles sehr gut. Hab ihn noch, hab ihn. Okay, bleibt oben, bleibt oben, bleibt oben, egal was ist. Unter uns einer? Egal, 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 egal. Nicht auf den gucken. Geht die da vorne rauf, geht da vorne rauf, geht hier vorne rauf, auf den Turm, auf den Turm. Oben rauf, oben rauf. Wir bleiben gleich, wir bleiben gleich die ganze Zeit rechts, okay, damit ihr das wirst. Hier, warte mal nicht, hier lauf, hier in den Bunker, hier oben. Ja, ja, aufpassen. Widerbleiben, Abo, Abo, wiederbleiben. Abo, warte, warte, erstmal runter, 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 Abo, komm weg, komm weg. Abo, komm runter, komm runter, komm runter, komm runter, Abo, Abo. Ich kann nicht, ich hab einen Bug, Wollah, ich hab einen Bug. Geht hier, Mann. Ich hab einen Bug. Wo muss einer, das ist ein Bro. Abo, 60, ich wiederbleiben, Dave. Kannst du auch, komm, Abo. Tag. Spiel einfach, spiel, spiel, spiel. Kannst du grappeln, Abo, ne, nach rechts, wenn es geht. Ah, ich hab, ja. Schlimm, Schlimm, ist gut. Komm, Leute, Chiefs macht das, Chat. Komm, Chat, Top 8 schon, sehr, sehr gut. Nein. Stark, Mann, trotzdem GGs. Leute, GGs. Komm, wir haben jetzt noch drei Games. Wir müssen jetzt auf jeden Fall eine Runde gewinnen. Ja, ich wollte sagen, jetzt ein Win und wir sind, kommen wieder back im Business. Ja, hat der Crack hier, minus 60. Sehr gut, sehr gut, Dave. Aber aufpassen, der Snip, oder? Hat der Snip? Ja, aber, aber durchs Haus gerade. Rechts, hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch, ja. Ah, nochmal 33. Sehr gut. Ja, genau, genau, genau. Crack update. Feels right. Okay, gut. Rebooted Agency. Das ist Asa, das ist Asa, das ist der, der, mit der Minigun. Das war's hier mit der Minigun, die haben da hinten gerebootet. Wenn wir die sehen, wir müssen die töten, okay? 100%. Das ist Edis, die Mutter mit Harmi, ne? Kommen von hier, blauen Marker kommen die irgendwie. Hier oben, hier oben, hier oben, hier oben. Harvide, hab Eli? Ja, sehr gut. Mal weiter, schießt, töten, töten, töten. Ja, ab Nummer 100 auf Finish gemacht. Der Mainz muss auch gleich kommen. Gehen wir mit der anderen. Scheiß auf die da unten, scheiß auf die da unten. Scheiß auf die da unten, guck auf die, die in der Zone sind. Asa ist er am Sturm da unten? Ja, ja, okay, gut, ja, ich seh's. Gut gesehen. Okay, Leute, wir gehen hier den Berg hoch, ja? Kommt, Abo, komm. Sehr gut, ist nicht schlimm, okay. Nimm Minis, Abo. Nimm Minis, genau. Nein, gehen wir weiter, wir müssen gucken, wo die sind. Wieder Reboot? Nein, oder? Ist wieder Edi? Ich weiß nicht. Ja, Asa, das ist ja wieder, okay, gut. Okay, wir gehen hier weiter, komm mit, komm mit. Okay, wir müssen die abfangen. Hier unten, hier, 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 hier. Ja, okay, pass auf, geh hin, geh hin, wir töten ihn. Unter der Brücke? Ja, ja, die sind hier unten, ja, ja. Der andere Mate hat die Waffe, der andere Mate hat die Waffe, pass auf. Der ist auch der Zone oder so. Ja, hier, hier, ich hab den einen, ich hab den einen töten. Wo? Hier, das ist der mit der Minigang bestimmt. Ja, ja, okay, gut, gut, gut. Nimm die Minigang bitte, bitte, nehm die Minigang bitte. Ja, 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 komm mit, Bro, komm mit. Aber, das Ding ist, wo ist der Mate? Ja, du bist hier. Hier vorne, ja, ich brauch, grün leben. Hier vorne ist Asa, wir müssen ihn. Ja, der wird gleich, ja, okay. Chill, Dave, mach ruhig noch, mach noch ruhig noch. Elf, weit. Down. Nice, okay, boah, 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 boah. Ich, ich geh back, oder? Ähm, die Zone kommt da. Ja, ich war, ja, geh back, geh back, ich glaub, da war noch ein Grappler, geh. Hier, hier sind alle Bases rein, sie kommen jetzt ohne alle Bases. Ja, Dave, du musst chillen, Dave, du musst ein bisschen chillen jetzt, okay, baue dich da ein und chill. Dave, du musst gleich Surge machen, ja, mit der Minigang, damit du's weißt. Hier unten, hier, 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 hier. Nimm die Minigang, nimm die Minigang, hier, mach, 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 mach. 40, 60, 80. Das ist Grip, ey. Weiter, weiter, weiter. Ich brauch kurz einen Biggie, Bro. Kannst du weitermachen, Dave? Ja, wir, crack. 33. Ich brauch Minigang Schüsse. Ja, hier. Ich brauche alles, was ich habe. Hier liegt alles. Greg, äh, Gripper, glaub ich, müsste das sein. 4, 2, 1, 3. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Trefft nichts. Okay, bring ihn zurück, genau, genau. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich die spielen soll. Ja doch, lass die liegen, ich hab, ich hab, ich hab. Nimm was anderes, nimm den Baker oder so, nimm den Baker oder so, bitte. Nimm was anderes. Bin die gar nicht so OP, ne, holy shit, man. Das ist ein Solo. Sehr gut. Macht das Spaß. 1, 2, 3, 23. Äh, das ist 1, 2, hier, hier, Craig. Okay, Jungs, jetzt hier gegenspringen. Jungs, kommt mal her. Dave, 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 hier gegenspringen. Und jetzt Goebbler in die Hand nehmen, Goebbler in die Hand bitte. Wir gehen hier hoch, auf das Team hoch, oben rauf, oben rauf. Ihr seht mich? Warte, 1, 2, D, ja. Kommt drauf, kommt drauf, ja. Und jetzt, jeden, bei euch jetzt schießt ihr einfach an. Ihr habt besseren Loot. Nicht so viel bauen, Dave. Habt ihr Minigun, Muni? Habt ihr Minigun, Muni? Ja, hier, hier. Schieß mal hier rechts. Schieß mal drüben, andere Seite, Dave. Hier drüben, schießt sie an, schießt sie an. Komplett, komplett. Cracker fein. Ich, 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 ich bin Impuls. Nein, nein, nein. Ich bin down. Wo bist du, wo bist du? Nein, wo bist du? Kannst du gleich fort haben? Ich hab Chuck Chuck. Chill, chill. Die kommen rein. Nein, kommen die nicht. Ich hole dich. Dave, nimm den Goebbler und goebbler gleich nach vorne. Ich edit auf. Nimm nur den Goebbler, Jan. Nur den Goebbler, Jan, sofort nach vorne. Hab ich. Geh. Ja, wir haben Zone down. Nein. Was ist das für ein Pickaxe-Duell? Ach du Kacke. Was war das denn gewesen? Ah, das wird closer. Der braucht Insta in die Flopper. Das macht er so gut, Leute. Ja, äh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, der braucht Mad-Git. Oh mein Gott. Der braucht Mad-Git. Er macht das so gut. Wie kann das denn erst Top 9 sein? Digga, was? Oh, Bruder, ich habe Goldenes Gar gezogen. Ehrlich? Ja, ja, ja. Ich habe nur Minigam für einen von euch. Einer von euch spielt die bitte. Oh mein Gott, geil. Okay, fliegt mal runter auf den Looter. Hier aufs Haus, hier aufs Haus. Fliegt mal da aufs Haus. Ja, hier ist jemand. Hier links und weiter. Ja, hier ist jemand. Ich gehe den töten, okay? Ich gehe den töten auf. Den kommt hier auf. Den kommt hier auf. Die hier links? Ja. Wir gehen rauf, wir gehen rauf. Push die. Kannst du den töten hier oben pushen? Ja. Sehr gut. Der ist einer B, sehr gut. Der ist low. Tot, hab ihn. Die anderen sind da. Genau. Gefangt der Schweizer Typ. Der ist tot. Nur noch einer. Hier unten war gerade ein Gegner. Hier unten war gerade ein Gegner. Hier unten war gerade ein Gegner. Oh, geht der rennt. Da vorne. Könnt ihr denn anschießen? Den Typen? Da unten. Der rennt, der rennt. Der 100er Snipe? Break? Ja. Sniper, Sniper, Sniper. Ja, wir müssen wiederbleiben, wiederbleiben. Jetzt. Beleb' ihn bitte wieder. Jungs, ich werde getötet. Ich werde getötet. Wir müssen hier weg. Mach, 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 mach. Und jetzt renn, renn ins Haus. Renn ins Haus. Ja. Heil dich da, heil dich da. Lass dich damit raus hauen. Lass dich damit raus hauen. Wo genau? Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, bitte. Nicht schießen. Das sind die, die wiederbleiben worden sind, Bro. Der tut da. Der tut da. Der hat uns gesehen. Der läuft. Jetzt der Snipe bauen. Nice, sehr gut. Okay, okay. Ich werde gleich wieder hinrennen. Wir bleiben in der Zone. Warten, was wir machen. Okay, Jungs, wir rennen hin, okay? Ja, wir rennen hin. Das ist der Pro, der da ist. Komm, wir rennen hin, rennen hin, rennen hin. Sehr, mate, fährt runter. Der ist runtergefallen. Hab ihn. Nice, sehr gut, Jungs. Wichtig, Jungs. Genau so, sehr gut. Ich hab ja nicht so gesnipe, lol. Was? Ja, wir haben quicksnipe gemacht. Gut gemacht, gut gemacht. Hättest du es live auf Arthur? Ja, ja, ja. Nice, nice. Wichtig. Wo, wo, da, da, da? Im linken. Schieß das kaputt, schieß das kaputt. Unten, schieß das kaputt. Nee, nee, hier oben, hier oben. Ja, schieß das kaputt, schieß das kaputt. Du kannst. Okay, die Sniper, okay. Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf, hört auf. Hier unten. Unter den Bunker rein? Ähm. Ne, ich stell selber einen. Okay. Dave, wir können Bounce am hoch, Bounce am hoch. Oder, warte. Die sind da, die sind da. Ach, da ist ein Minigun. Mein Gott. Ja, wir tanzen. Dave, wir müssen weg. Ich muss schon komplett. Mann. Ey, Mann. Wie geht's? Ey, Minigun, was ist das? Eine Sekunde, wenn man ist down, ne? Das ist insane. Chat, wir sind vier da. Ey, wir haben gute. Okay, Chat. Schau mal, wir sind so viele Punkte vor Platz 5, ne? Leute, wenn wir jetzt ein Minigun, Leute, wir können noch Erster werden. Ich sag euch ehrlich, lasst uns mal die Platzierung komplett weg, komplett aus unserem Kopf rausnehmen. Lass uns die Runde zu bringen. Genau. Genau so. Lass uns die geilste Runde machen, die wir bis jetzt hatten. Der da. 20 nochmal. 24, 24. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der könnte vielleicht sogar in Zone sterben. Ah, der kann viel bauen. Ja, hat einer von euch einen Grappler oder nur ich? Ich hab keinen. Ja, okay. Ja, okay. 24, 24. Wie auch immer, den Grappler hat man mitbekommen. Wir müssen Schaden machen. Ihr müsst zu mir kommen. Ihr müsst zu mir kommen. Schnell Grappeln, schnell Grappeln bitte. Ja, ja. Hier einfach kaputt schießen. Könnt ihr die abschießen? Hier, schießt die ab, Leute. Hier, vor mir in Lila. Schießt einfach, schießt einfach, schießt einfach, schießt, 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 hier, jetzt ist es um. Mach weiter, mach weiter. Mach weiter, mach weiter. Mach weiter, mach weiter. Einfach strahlen, einfach strahlen. 36. 36. Brauch kurz Biggie. Ich muss Biggie reinziehen. Ja, einfach reinziehen, einfach heilen, einfach heilen. Bleib vor dir. Hier, mach weiter. Wir liegen ganz viele Flopper. Ja. Hier, okay. Hier unten, hier unten. Ja, du musst auch Schaden machen eigentlich. Ein, 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 ein. Gehen in Handen, gehen in Handen. Ja. Nein, Digga. Als ob wir keinen Surge hatten, Bro. Okay, Chat, Top 16. Jetzt gehen die Placements los. Teams muss einfach überleben. Er muss ja einfach überleben, Chat. Nein, Chat, wieder, wieder Stormsert-Schaden, ne? Es müssen noch zwei Leute da unten gehen, wegen Stormsert. Warum hast du nicht zu Schaden? Weil wir keinen Schaden haben. Einer muss noch da unten, Chat. Einer. Ja, Chat, es wird leider so eng werden, wegen Stormsert. Weil es geht keiner down. Einer muss sterben, es stirbt keiner. Es geht keiner down. Einer ist am Sturm gestorben. Finisht werden. Okay, Chat, search aus. Los. Los. Solche. Stürboden. Allein. Top 10 Chat, ein Bild noch, ein Bild noch Obwohl der ist an der Sackgasse Bitte Dino, hab Medkits Du bist so krank, du bist so krank Du bist so heftig, scheiß drauf Ich glaube, wir sind in den Chat, Leute, für dieses Gameplay Hoffentlich reicht das, hoffentlich reicht das Es ist alles so eng, Chat, ne? Es ist alles so eng vorne Ich glaube, wir sind fünfter, Chat Ich glaube, wir sind fünfter Leute, GG's Fünfter Platz, noch eine 1000 Euro Für jeden von uns 1000 Euro für mich, 1000 für Abogoko 1000 für Cheaps Plus 600 Euro, weil wir haben zwei Wünsche geholt insgesamt Sogar 1200 für jeden Stimmt, stimmt, Chat, 1200 für jeden Wir sind über 100 Punkte vorm 6 platzierten Aber noch Oben, Chat, oben war alles super close Waren zwei sehr Impulsive, sehr lange Tage gewesen Das war ein unfassbar geiles Turnier Fünfter Platz Ich bin super, super zufrieden Wir hatten ein sehr cooles Team gehabt Das hat sehr gut harmoniert Also, Chat, haute rein Tschö, bürö Bis dann, meine Freunde Wir sehen uns morgen, Leute, haute rein Tschö, bürö Haut rein, schlaf gut Bye, bye Bye Bis zum nächsten Mal.